Besuche als Dr. Doom einen riesigen Thron. Die Aufgabe ist eine der Dr. Doom Erwecktherausforderungen. Und wie es geht, verrate ich dir in diesem Video, aber vorher erkläre ich dir ganz kurz, wie du ein Skin gewinnen kannst. Und Leute, ich verlose 64 Fortnite Skins in Fortnite Season 4. Einfach den Epic Games Namen unten in die Kommentare reinschreiben. Jedes Video, was du guckst in der Woche, ist eine Gewinnchance. In Woche 6, 7, 8, 9, 10 gibt es noch 7 Skins jeweils zu gewinnen. Also insgesamt 5x7, 35 Skins, Leute. Also fleißig mitmachen, einfach so viele Videos gucken, wie geht Epic Games Namen unten in die Kommentare reinschreiben. Und du nimmst an der Verlosung teil. Jedes Video, was du guckst, ist eine Gewinnchance. Jetzt zeige ich dir, wie die Herausforderung geht. So Leute, der Thron von Dr. Doom, den finden wir hier bei Retail Row. Ich markiere es euch auf der Karte. Das ist eine der Dr. Doom Erwecktherausforderungen, um den Dr. Doom Emote freizuschalten, um den Dr. Doom Thron zu bekommen. Ich habe ein Video gemacht, wo ich euch alle Dr. Doom Herausforderungen zeige. Verlinke ich euch unten im ersten Kommentar. Könnt ihr euch mal angucken. Und dann habt ihr hier den Skin, beziehungsweise den normalen Skin. Ihr bekommt dann auch noch den Silber, Gold, Glanz und Holo Glanz Skin im Verlauf der Season. Ihr müsst in Bette Pasio Stubo 100 läppeln. Und ich muss kurz lügen. Ich glaube, Dr. Doom müsste sein. Auf 140 gibt es in Iron Man. Das heißt, man bekommt auf 135... Auf 140 bekommt ihr den Silberglanz. 135 ist Iron Man. 130 ist dann Mystique. 125. 125 bekommt ihr ihn in Silberglanz. Auf 165 gibt es ihn in Goldglanz. Und auf 205 bekommt ihr den Dr. Doom Skin in Holo Glanz. Der sieht dann so aus. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, welchen Skin ihr am schönsten findet. Zusammen mit eurem Epic Games Namen. Ihr wisst Bescheid. Könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Und den Gottkönig Doom könnt ihr in Woche 8 freischalten. Ihr müsst 10 Aufgaben aus Woche 7 und 8 machen. Und dann bekommt ihr diesen Stil. Leute, ich hoffe, das Video hat geholfen. Kommt mir einen Daumen hoch. Abo und Glocke sind kostenlos. Ja, lasst sie einfach da. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht über neue Videos. Würde mich freuen, wenn ihr uns nächstes Mal wieder reinschaut. Haut rein. Tschüss.